Was läuft, was läuft, Cousins? Er? Er ist der Lustigste. Also mit Humor nehmen. Jungs, reicht. Wollah. Ähm, es war einmal ein Innenverteidiger, der hatte sein ganzes Leben lang dieselbe Frisur. Was? Okay. Besser als mit 30 ein Undercut. Wieso das? Die Frisur ist doch cool. Nee, warte mal, warte mal. Also von Neymar die getragen hat, war es cool jetzt nicht mehr, oder was? Äh, nee, dir passt. Hört mal auf zu lachen. Steht mir oder nicht? Bruder, Hauptsache dir gefällt's. Aber Conference League guckt eh keiner. Okay, reicht, du kleiner Bastard, wie du übertreibst du wieder? Jetzt auf einmal aufregen und so. Aber davor sagt er noch. Äh, hab du morgens. Hast du gehört? Oh, harter Mann. Komm, scheiß drauf, Bruder. Wenigstens sehe ich nicht aus wie Jada Smith. Du, dass Kirjan die Scheine verteilt.